Hi, ich bin Maya. Das Kleid, welches sich in der Quarantäne-Couture hergestellt heißt, heißt Black Circle. Es ist oben ganz schlicht mit Kreisen ausgestattet, welches dann wie Oktopus-Armen sozusagen runter verlaufen. Der Rock ist an sich schlicht sehr voluminös gehalten, wodurch er groß und einzigartig wirkt. Hey, ich bin Ria. Das ist mein Kleid, Paul Black. Das ist ein Tweet-Kleid. Ich habe es mit Schleifen verziert und wirkt sehr voluminös. Hallo, ich bin Maria Bravo. Ich komme aus Buenos Aires und das ist mein Kleid. Das Kleid ist am Anfang von Frühling zu verliert und ich habe den Kleid Black Spring genannt. Also Black Spring ist ein Widerspruch, weil normalerweise Spring ist nicht schwarz, sondern Farbeflug. Die Herausforderung war, ein schönes Produkt aus Mülltüten zu machen. Hi, ich bin Jenda. Das ist mein Couture-Kleid. Also ich hatte zuerst eine ganz andere Materialbearbeitung im Sinn, aber im Endeffekt haben wir uns dann doch für diese Rüschen entschieden. Und dort habe ich dann einfach kleinere Rüschen gemacht für das Oberteil und dann ganz viele große Rüschen für das Unterteil. Und so habe ich dann Volumen aufgebaut und dem Kleid, den sie dort hat gegeben. Hi, mein Name ist Fania. Mein Kleid heißt Queen. Weißt du, weil es erinnert mich an die Kleider im Mieterleiter und die breite Schulter zeigt ihr irgendwie die Macht der Herrscher. Hi, ich bin Hedi und das ist mein Kleid, das ich für Rathene-Methode gemacht habe. Wie ihr seht, habe ich das aus Franken gemacht. Und das ist ein Kleid, was hier vorne ein bisschen kürzer ist und hinten ist das länger. Ich habe das aus, ich denke mal über hunderte Tüten mit der Hand natürlich alles geschnitten. Und am Anfang habe ich natürlich mehrere Sachen ausprobiert. Am Ende hat mir doch diese Frangen-Methode am besten gefallen, dass es eine sehr schöne Bewegung hat. Und es war ein bisschen auffällig, aber ich bin sehr zufrieden. Hallo, ich heiße Anna-Maria und das ist mein Kleid E. Florensis. Die Inspiration war ein Blutenmeer. Durch diese Materialverarbeitungen habe ich so ein großes Volumen erschaffen und ich glaube, es ist ein Oscar-reifes Silhouette. Was ist das? Moment mal, Moment mal.